Willkommen bei Nussbaumer Holzelementbau und Planung AG in Bahr. Nussbaumer plant, produziert und erstellt Ein- und Mehrfamilienhäuser im ökologischen Elementbau. Umbauten, Aufstockungen sowie Anbauten führen wir einfach, schnell und professionell aus. Dank dem zur Firma gehörenden Architektur- und Planungsbüro mit eigenen Projektleitern können Bauabläufe wesentlich vereinfacht werden. Durch unsere eigene Bauleitung haben wir die Qualität, die Termine, den Bauablauf sowie die Kosten professionell im Griff. Die grosse Nussbaumer Produktionshalle und der Maschinenpark, wie auch die Büroräumlichkeiten, sind modern und effizient eingerichtet. Ein Einfamilienhaus oder eine Aufstockung erstellen wir auf der Baustelle an einem Tag. Ein mehrgeschossiges Haus je nach Anzahl Wohnungen in ein bis zwei Wochen. Die Nussbaumer Holzelementbau und Planung AG freut sich auf Ihren Anruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017